Nummer 3. Füllen Sie Ihren Raum mit Sound aus jedem Winkel mit der Samsung HWS 60T Soundbar. Genießen Sie jetzt Serien, Filme und Musik noch mehr. Dieser Topper füllt den Raum mit tiefem Klang und ist mit einer eleganten Quadratpolsterung ausgestattet. Diese Polsterung ist staub- und schmutzabweisend. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Soundbar bequem von Ihrem Sitzplatz aus bedienen. Dank des integrierten WLANs können Sie Ihre Lieblingssongs ganz einfach von Ihrem Tablet oder Smartphone auf die Soundbar übertragen. Dank der beiden seitlich angebrachten Lautsprecher der S60T Soundbar und der Samsung Acoustic Beam Technologie können Sie einen beeindruckenden, raumfüllenden Klang genießen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Verstärken Sie den Klang Ihres Fernsehers mit der Samsung HWT 6503.1 Soundbar mit kabellosem Subwoofer. Die Samsung Soundbar unterstützt DTS Virtual X, das den Klang in neue Dimensionen bringt und Ihr Audio in 3D verwandelt. Erleben Sie kristallklare Dialoge mit einem eigenen Center Kanal. So erhalten Sie einen ausgewogenen Klang, der Ihr Klangerlebnis vervollständigt. Steuern Sie wichtige Funktionen der Soundbar wie ein Ausschalten, Lautstärke und Soundeffekte mit der Samsung TV Fernbedienung direkt von Ihrem Fernseher aus. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in ein Heimkino mit dem Samsung HWQ800T. Genießen Sie dank des separaten Subwoofers raumfüllenden Klang mit kräftigen Bessen. Da diese Soundbar über WiFi verfügt, können Sie über Spotify Connect Musik über die Soundbar streamen. Bringen Sie Ihr vernetztes Leben auf die nächste Stufe. Mit der SmartThings App können Sie Lautsprecher zu Ihrem Netzwerk hinzufügen, um den Klang in Ihrem Haus besser zu steuern. Wenn Ihr Lieblingssong erklingt, halten Sie einfach Ihr Smartphone gegen die Soundbar, zack. Die Soundbar vibriert, wenn Ihr Smartphone eine Verbindung herstellt und Ihre Musik wird nahtlos weiter abgespielt, allerdings mit der unübertroffenen Klangqualität der Soundbar. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.